Ja, einen schönen guten Tag, liebe Freunde, und willkommen zurück zu einem neuen Informationspart von Mario Kart 7. Ja, es ist mal wieder soweit nach der langen Zeit. Geht's jetzt endlich wieder los? Mir kommt das umgekehrt langsam vor. Naja, egal. Ähm, ich weiß jetzt nicht, welche Klasse es ist. Ja, ähm, der Cooper Thunder LP hat sich's gewünscht, dass ich mit, äh, Metal Mario fahre. Und ja, weil wie gesagt, mit Lakitu bin ich schon mal gefahren. Wir müssen ja nicht immer denselben nehmen. Boah, bisher läuft das ganz schön. Oha, sehr komisch hier mit dem. Ja, also, ja, äh, geil, wie ich mich mit dem Ding selbst getroffen hab. Naja, egal. So, ich habe immer wieder ein paar Themen, und ich muss jetzt eigentlich mal meinen Stift aus der Hand legen, weil das ist deutlich unangenehm. Naja, egal, ich versuch's jetzt erstmal so hinzukriegen, weil ich kann den jetzt nicht umwechseln. Super. Stern und, ja, Doppelstern natürlich. Natürlich. Ja, das ist halt der, das Dumme bei so schweren Charakteren. Die kommen unheimlich schlecht, äh, vom Fleck, wenn sie einmal getroffen werden. Naja. So, es gibt ein paar Themen, die ich heute sprechen will. Und zwar zum einen habe ich ein paar, ähm, Fragen bekommen, die ich natürlich beantworten werde. Und zum anderen gibt's auch so aktuell, dass ein oder andere über Mann sprechen kann. Und zwar von, ähm, ja, die Fragen kommen vom LP Lukas. Bin ich auch sehr dankbar, dass er mir die gestellt hat. Und zwar fangen wir an mit der ersten. Äh, wo war das denn jetzt? Ähm, ähm, äh, jetzt kann ich mich natürlich nicht konzentrieren, ist klar. Ja, genau, äh, wie ich in der Zukunft meinen YouTube-Kanal sehe. Ja, es ist eine sehr spannende Frage. Nicht auch eigentlich, wenn ich ehrlich bin, unbedingt antworten kann, weil ich, äh, oh, wie ich da über die Sprungschanze gesprungen bin. Sehr genial. Ja, äh, Zukunft kann ich eigentlich schlecht sagen. Also, ich hab zwar noch ein paar Ziele, die ich erreichen will, aber, wie gesagt, ich seh jetzt nicht so großartig jetzt, dass ich irgendwas erreichen will in der Zukunft. Ich bin zufrieden aktuell, wie es läuft. Es könnte natürlich auch besser sein, aber ich bin eigentlich zufrieden. Es kommen viele geile Games raus und viele coole Videos, die ihr sehen könnt, meiner Meinung nach, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen. Ja, so der Typ bin ich aber auch nicht. Und ja, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Und ich hoffe, dass es so, wie es aktuell läuft, auch weitergeht. Und ich find's cool, dass ich das Item auch bekommen hab. Und wir können auch noch einen schönen Platz erreichen. Was eigentlich überraschend ist, dafür, dass das so schlecht gelaufen ist. Ja, das zweite ist in Ordnung. Jetzt kann ich den Schiff zurücklegen. Okay, ja, also, ziemlich gut, würde ich sagen. Läuft's im Moment und ich hörte nichts dagegen, wenn's so weiterläuft. Ja, kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar, ähm, was wünschst du dir für das neue Super Smash Bros. U? Ja, und ich denke, mit dieser Frage können wir bestimmt ein ganzes Rennen füllen. Ähm, es gibt ziemlich einiges, was man sich wünschen kann. Aber allen den ersten, zum einen, ja, insgesamt würde ich erstmal sagen, das, was schon, äh, Brawl geboten hat. Nur halt ein besserer Online-Modus. Das fände ich doch deutlich besser, wenn's einen besseren Online-Modus gäbe. Weil der war in Brawl jetzt nicht so wirklich, äh, super. Ein Wohnstelle, der wurde ja schon erfüllt. Und zwar, dass man die Serie online bringt. Das fand ich sehr, das finde ich sehr, äh, online ist sie doch so. Ich meine, natürlich auf Handheld bringt. Also auf dem DS, 3DS. Natürlich kommt's nur auf dem 3DS. Aber ich finde, man kann die Serie auch gut auf einem Handheld etablieren. Kommt halt nur die Frage an, ob das unübersichtlich wird oder so. Das hat man ja schon mit diesen Outlines da vorgebeugt. Ich bin ja gespannt, wie das wird. Auf jeden Fall, finde ich, ist das schon, hat man sich schon gute Ideen einfallen lassen bis hierhin. Und ich bin auch gespannt, was noch so kommt. Und gut, dann kann man natürlich noch über den einen oder anderen Charakter diskutieren. Aktuell sind hier nur 3 neue bekannt. Und ich denke mal, da wird auch noch der ein oder andere noch dazukommen. Weil ich finde, 3 ein bisschen wenig. Gut, man kann natürlich schon im Moment streiten, was das für Charaktere sind. Außer natürlich Megaman. Wobei, eigentlich ist nur die Wifi-Trainerin ein bisschen, ja, äh, überraschend. Aber sonst ist das eigentlich okay. Ja, wen haben wir, wen könnte man denn da noch nehmen, beispielsweise? Gut, natürlich Nintendo-Charaktere. Auf jeden Fall vielleicht Wario oder so. Könnte man vielleicht noch, nee, den gibt's ja schon. Ich mein, Waluigi. Super. Äh, ja, Waluigi vielleicht noch. Bowser Jr., genau. Der fehlt ja auch noch. Ähm, Dixi-Kong. Wäre auch noch eine gute Idee, finde ich. Oh, das war knapp. Oh, ist ein erster. Cool. Ja, Dixi-Kong natürlich. Oh, ja, super. Da hat einer eine 7 gehabt. Ist ja mal geil. Gott, ich hoffe, wir kommen doch irgendwie ins Ziel. Na, egal. Na, egal. Schaffe ich jetzt nicht mehr. Na, na, ja, natürlich. Ja, ich sag schon nix mehr, wie dieses Rennen hier zu Ende gegangen ist. Hm, super. Ausgang des Rennens. Ja, und wir sehen uns dann. Ja, ich fang da nochmal gleich weiter an. Ich bin noch nicht ganz fertig geworden. Bis gleich. Ja, ich glaube, an den letzten Rennen hat man gut gesehen, warum ich nicht so gerne schwere Charaktere verwende. Naja, egal. Also, wie gesagt, was ich mir in Super Smash Bros. U wünsche halt. Besserer Online-Modus. Und halt vielleicht noch den einen oder anderen Charakter neun. Aber ansonsten, wobei ich schon bei einem, den hab ich noch vergessen zu erwähnen, im letzten Part, äh, im letzten Part, im letzten Video, äh, ich mein natürlich im letzten Rennen. Und zwar natürlich Chrome aus Fire Emblem, aber da bin ich mir eigentlich zu, ich sag mal, 95% sicher, dass der vorkommen wird. Weil es gab in jedem Smash Bros. aus dem ersten jeweils immer zwei Fire Emblem-Charaktere. Und man hat immer Mars genommen, der ja schon, ähm, vorgestellt wurde. Und zum anderen halt den aktuellsten. Und ich denke mal, da wird noch Mars hinzukommen. Genau, wenn ich mir auch noch wünsche, jetzt müssen wir alles für Charaktere gerade einfallen, wäre Ghirahim aus, äh, Zelda, ähm, Zelda Skyward Sword. Wäre eine coole Idee. Wow, und das bin ich, ich hab die, ich hab die, die Blue Shell schon gesehen. Und ich dachte, ich werde davon getroffen, aber irgendwie nicht. Naja, ich wollte auch nicht abbremsen. Ja, und das wäre es eigentlich soweit, was ich mir da wünsche. Gut, kommen wir zur dritten Frage. Wie findest du, ja, super, momentan das, äh, das scheiß Wetter draußen. Ja, ich würde sagen, meine Antwort, die steckt schon in dem, ähm, äh, in der Frage drin. Ich bin, haha, ich bin nicht so der Typ für, ähm, kalt und nass. Gut, wenn Schnee ist, find ich das noch anders. Das find ich eigentlich ganz für Ordnung, wenn Schnee noch dabei ist, aber, nö, aber Regen und kalt, nee, das mag ich nicht so. Komm, wir wären jetzt noch Erster. Äh, leider nicht. Naja, ähm, in der nächsten, in der nächsten Strecke gibt's die nächste und letzte Frage. So, da wären wir auch schon bei der letzten Frage angekommen, die vielleicht etwas schwierig für mich zu beantworten ist. Und zwar, äh, wie finde ich Battlefield, äh, und Call of Duty? Äh, ja, ähm, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe, aber ich bin ja nicht so der, äh, ähm, der sich jetzt mit, ähm, so mit Schießspielen und Ego-Shootern jetzt so, also ich hab das, also das ist nicht so mein Fachgebiet. Und, äh, ja, also ich kann da auch wenig zu sagen. Das, was ich gehört habe, ist, dass Battlefield viel besser sein soll als Call of Duty, aber ich kann halt nur sagen, was, nur widerspiegeln, was ich gehört hab. Ähm, was jetzt besser oder schlecht ist, das kann ich nicht beurteilen, das müssen, müsst ihr dann selbst beantworten, die, die das spielen und die, die hier heute zuschauen. Äh, ja, ich weiß dann nicht, was da jetzt, also was, ähm, was der, also vom Spielerischen her, was da besser ist und was nicht. Und warum fahre ich genau in ihm rein, obwohl ich das wusste, dass er eine, eine Greenshell hinten hat. Sehr schön, ja. Ach, und da wartet einer wegen dem Ding hier. Ich hab's schon gewusst, he, he, he. Äh. Ja, äh, mein nächstes Thema, was ich ansprechen kann. Und ich denke mal, er sollte auch nicht verwundern. Dieses lustige Ding von Google+. Ja, seit letzter Woche ungefähr, na, ich weiß nicht, wann ich das hochlade, irgendwann so in den letzten Tagen ist das ja, ähm, neu eingeführt worden von Google, dass man, wenn man YouTube nutzt, gleichzeitig, ähm, na, also wenn man kommentieren will, dass man Google Plus haben muss. Ansonsten kann man nicht kommentieren, schweige den Antworten. Ja, und ich denke mal, meine Meinung widerspiegelt 99,9% aller YouTuber da und, ja, ich denke mal, ich hab's auch schon sowieso genug gehört, dass das System einfach nur schrecklich ist, aber, naja, kann man nichts machen und ich find's so geil. Ich bin direkt wieder Erster und sofort kommt wieder eine Greenshell, das ist nicht wahr. Und schon bin ich wieder Sechster, das ist nicht wahr. Ja, ja, ähm, Google Plus. Erstmal braucht man's oder braucht man's nicht? Das ist die spannende Frage, ich würde sagen, man braucht's definitiv nicht eigentlich, aber nein, man muss es natürlich reinbringen. Und vor allen Dingen wird man ja auch gezwungen, was das Blöde dran ist. Ja. Ist echt dumm, die ganze Sache, genauso wie das mit diesen Blue Shells immer. Ja, ich glaube mal mehr als Vierter, da kann ich noch sehr glücklich sein, wenn ich tatsächlich noch mehr als Vierter, werde, oh, ich werd sogar noch, ich werd Dritter, überraschend. Ja, ich würd sagen, ich denke mal, wir haben eigentlich so viel jetzt gut über Google Plus schon diskutiert. Ich denke mal, mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Ja, und dann würde ich sagen, ja, sind wir schon beim letzten Thema angekommen, was ich ansprechen wollte. Oh, wie schnell das geht. Ja, dann, bis gleich. Vielleicht schon wieder eine neue Strecke, das finde ich gut, viel Abwechslung. Ja, das letzte Thema ist auch in den letzten Tagen sehr präsent und wenn man fehlstellt, macht es das eigentlich weniger präsent. Naja, ähm, das Thema bezieht sich auf, ähm, Release Let's Plays oder anders gesagt Video Spamming. Ja, ähm, vor allen Dingen in, ähm, ja, ähm, Pokémon X und Y ist es, wie er, sehr präsent. Boah, und das Ding kann nicht driften, ey. Oder es liegt an der Kart-Zusammenstellung, aber ich find, der kann nicht driften. Oder nur sehr schlecht. Ja, also wie gesagt, es, ähm, gab einige, die Pokémon X, ja, und Y bis zur Ausschlachtung am Release gebracht haben. Also heißt, die haben acht Parts oder so an einem Tag gebracht. Und da kann man sich natürlich darüber streiten, ob das gut ist oder nicht, oder schlecht oder dumm. Natürlich ist das erstmal jedem sein Kram und man hat doch voll gesehen, dass der durch die Banane gefahren ist. Ja, sehr nett. Genauso wie jetzt wieder vom Blue Shade getroffen zu werden. Ja, aber ich finde, es ist einfach, ja, ich find es nicht gut, wenn ich ehrlich bin, weil, boah, cool, jetzt haben wir auch mal eine 7. Weil ich, ähm, der Meinung bin, boah, boah, das in den Kurven, das ist so super. Aber, ja, ich weiß nicht, was jetzt schon wieder passiert ist. Ja, ähm, wie gesagt, weil ich finde als Zuschauer, vor allen Dingen, weil man auch noch anderes zu tun hat, ähm, kann man sich darüber streiten. Ähm, ja, also ich find, das ist dann schwierig, acht Parts oder so an einem Tag zu gucken. Vor allen Dingen merke ich auch schon, dass es einige, ja, natürlich, vor allen Dingen, weil ich auch bei mir merke, dass es viele gibt, die sich viele Videos wünschen. Und, ähm, das freut, das find ich auch natürlich super und ich versuch dem auch gut nahe zu kommen. Und das Problem ist bei mir, ja, äh, unter der Woche ist es so gut wie kaum möglich für mich noch aufzunehmen. Denn, wie ja, wie vielleicht einige ja wissen, bin ich nicht mehr in der Schule, sondern geh jetzt arbeiten. Na, fang, hab ne Ausbildung, die ich jetzt schon seit ein paar Monaten mache. Und, äh, ja, wenn man dann erst um sieben Uhr zu Hause ist, ähm, dann, denke ich mal, hat man nicht so wieder die Zeit dazu, äh, Videos zu machen. Es ist schon schwierig genug, die dann noch hochzuladen. Vor allen Dingen, wenn es so große Videos sind wie, ähm, Zelda Wind Waker, die dann schon viel, ja, Leistung und Speicher benötigen. Ja, und ich denk mal, ich bin noch nicht ganz fertig, jetzt haben wir eine Strecke machen wir noch. Ja, eine machen wir noch. Ja, aber da nur zu sagen halt. So, um nochmal da zurückzukommen, let's... Release Let's Plays finde ich an sich ist, finde ich an sich gut. Ich mach's ja auch, ähm. Ja, aber ich finde man, ich finde es ist nicht so der super duper Weg, da jetzt so viele Videos rauszuknallen, finde ich jetzt. Da verliert man den Spaß dran und, also mir macht das dann keinen Spaß. Aber wie ich bereits vorhin sagte, das muss jeder selber wissen. So, und, ähm, äh, äh, ja, was wollte ich jetzt nochmal sagen? Jetzt hab ich schon wieder eine Sache verloren, ne? Auf jeden Fall. Es werden ja auch noch zwei Release Let's Plays bei mir kommen. Und eins solltet ihr euch schon bewusst sein, hab ich auch schon mehrmals angekündigt, und zwar Super Mario 3D World, wird ihr bald loslegen. Freue mich schon richtig drauf. Äh, und dann wird noch ein weiteres starten, wahrscheinlich kurz nach, ähm, Super Mario 3D World. Aber was, wenn ihr das nicht schon wisst, ich hab's mal in einem Video erwähnt und gezeigt, dann, ähm, ja, freut euch drauf. Es wird was sehr, sehr Geiles, wie ich finde. Ähm, so, ja, was kann ich noch sagen? Was kann ich noch sagen? Genau, was ich auch noch sagen wollte. Viele haben sich auch bestimmt gefragt, was eigentlich jetzt mit Zelda Twilight Princess losgeht. Da kam jetzt schon seit Wochen nichts mehr. Wie es eigentlich häufig so ist. Für das Projekt, was ich jetzt schon seit einem Jahr oder so laufen habe. Ja, und jetzt ist es hier eine totale, total, äh, total unübersichtlich, oder so würde ich sagen. Ja, ähm, äh, ja, Zelda Twilight Princess wird wieder weitergehen, hab ich mit beschlossen, wenn, ähm, äh, wenn Zelda Wind Waker HD zu Ende ist. Weil, das muss ja nämlich auch mal bald zu Ende gehen, vor allem, weil das jetzt schon so lange geht. Und irgendwie finde ich das ganz schön krass hier, äh, ja, äh, wie wir Probleme hier aktuell haben. Also, so bin ich es nicht gewöhnt. Ich glaube mal, das war das erste Mal und das letzte Mal, dass ich Metall Mario genommen habe. Aber wir hören ja schon wieder kräftig auf. Es ist schon wieder erster. Es ist hier echt ein Hin und Her. Ja, haben wir nochmal ein schön spannendes Rennen zum Abschluss. Vor allem bietet sich die Strecke dafür ja auch an. Ich finde die so geil, die aus Mario Kart, äh, DS. Ah ja, schöner Disconnect. Ja, äh, gut. Keine Ahnung, was das jetzt schon wieder soll. Ich, äh, würde sagen, es lohnt sich jetzt ja nicht mehr für die einen jetzt nochmal was zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, so weit es geht. Und dann sehen wir uns im, ja, bei neuen Videos wieder. Ich denke mal, bis der nächste Mario Kart 7 Part kommt, wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber gut, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt ihr einen Daumen hoch oder schreibt natürlich eure, eure, habt ihr vielleicht Themen, die könnt ihr natürlich auch schreiben. Ähm, ebenso wie, ja, Fahrerwünsche. Aber halt nur nicht bitte nochmal, äh, Metall Mario, weil ich glaube, das kommt nicht mehr so was Gutes bei rum. Gut, also wie gesagt, euch noch einen schönen Tag. Und, ja, dann sehen wir uns bei anderen Videos wieder. Also, bis dann und tschüss. Euer Jekon25. Euer Jekon25.